Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Med verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König! Ausgezeichnet, König Stürbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Ewa, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete, oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eber. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eber. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einem Sohn Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann. Gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt. An deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Siegurt ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Ja. Das ist mir spy renewiert. Seid vorsichtig damit. Elber! Sieger! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Tränker. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, du, salzgegärbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von dutzenden Königreichen in deinem Bar. Das ist erst der Anfang. Randwi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Bassin und Heitern. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Seagurt für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Ah, Elber. Spart ihr die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kyrtwys Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meinen Führer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalte ich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kyrtwy aus unseren Landen vertreiben. Ihr seht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kyrtwys des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Mein Sohn! Willkommen zu Hause! Vater! Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Meed. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wollan, wollan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kyrtwy und seinen Clan und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Volga hinab durch Gardariki, rauchten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchten wie Bifreus selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit. Ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück. Mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Dränggier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Raben-Clan von vorn. Skull, Siegurt. Skull! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Med. Darf ich das beheben? Siegurt sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm. Einen gefeierten Krieger. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Ahea Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen. Doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Atem, Bassim. Randwey. Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Hab ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann wieder zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her. Er kommt mir vor wie ein Fremder. Drei Winter sind wir verheiratet und zwei davon war er fort. Kannst du das Feuer, das ganz brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Furzen und Mietatem. Hätten nur alle so viel Glück. Siegurt hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Siegurt die letzten beiden Winter hier in Vornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kyutvi vielleicht schon los. Du sagst immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kyutvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Siegurt uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt es Siegurt und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Siegurt und dir, ihn einzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir bis zum Ende. Hm, wir werden sehen. Heiter, richtig? Ja, und du bist Evo? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassin. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teclas Med fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist das? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Vornberg nach über zwei Wintern möge ich am Ende medtrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschneien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befalle? Ah, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink. Du würdest selbst Thor beschämen. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielte ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt! Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für den besten Krieger, den ich kenne. Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kalte Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Erbs anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Evo. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Euer Clan. Einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehenden nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Wunderbar. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedanke das, bevor du zuschlägst. Greif dieses von der Kante auf. Oh, das ist ein Schmerz. Ja, ganz genauso. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Perfekt getroffen. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Sehr gut. Mentor, hat Eivor vor sich, uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält er dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Halt, Tom! Schweig! Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit seinem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seyda. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Wie habe ich diesen Geruch vermisst. Bleibst du jetzt hier, oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelt es uns an beidem. Du schmeichelst mir, Wolfs, mal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich. Alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötwi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruhe dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück.